Stimmt. Egal. Nehmen wir einfach mit. Kann ich mir auch bald wieder Papier machen. Und durch das Leder, das ich ja jetzt geholt hab. Ähm. Nein, das war noch nicht fertig. Das war auch nicht so gut. Ich hab natürlich auch keine Hake dabei. Egal. Ich brauch ja eigentlich jetzt nur ein Weizen. Um mir ein paar Tiere anzulockern. So, das geht ja von allein zu. Du kommst da rein. Lass erstmal wieder alles verstauen. Das Leder. Hab ich keins mehr. Das geht natürlich hier rein. Das hab ich noch so. Ich hab noch Erde. Erde ist auf der anderen Seite. Hab ich gewusst. Dann mach mal das Holz. Zu bearbeiten Holz. Zu Holzbrettern. Hab ich wieder übern Stack Holz. Bearbeitet das Holz. Das ist nice. Zäune brauche ich. Eier. Ich hab keine Eier. Okay. Das kann ich vielleicht nachher noch benutzen. Das Ei. Zuckerröhre kommt da rein. Oder hab ich das da rein? Nein. Ordnung muss ja sein. Die Werkbank schmeißen wir wieder da rein. Dann gehen wir mal nach oben. Braten uns unser Fleisch. Das verteilen wir jetzt natürlich auch noch auf die zwei Öfen. So. Dann warten wir. Zaun habe ich vier. Das ist nicht vier. Ich brauche noch ein Zauntor und so weiter. Ein Stock übrig. Zehn Mal. Bisschen wenig. Würde ich meinen. Und wir uns davon noch ein bisschen. Also vierzig. Ein Zauntor. Der Rest macht mal wieder Zaun. Ähm. Und wieder ein Stück übrig. Okay. Den schmeißen wir wieder da rein. Noch 58. Das Weizen habe ich dabei. Das ist schön. Oh. Das ist hier schon fertig. Finde ich gut. Die Steaks auch fast fertig. Die Frage ist nur. Wo mache ich das Gehege hin? Ich brauche da irgendwo einen guten Platz. Vielleicht hier irgendwo. Oder wo wäre es denn am klügsten? Ich bin hier gerade umschauen. Unten im Tal kann ich es natürlich nicht machen. Da habe ich keinen Platz. Den ganzen Platz brauche ich. Ich könnte es natürlich da drüben machen. Das wäre eine Idee. So. Da sind ja auch schon einige Kühe und Schweine. Da habe ich dann auch genügend Platz. So. Bauen wir uns das hier erstmal auf. Wie mache ich das jetzt am schlausten? Der Baum kommt mal weg. Die ich hier eigenhändig gepflanzt habe. Aber ich brauche jetzt hier Platz. Das Zauntor geht mal. Von welcher Seite würde ich denn kommen? Dahin. Mist, verdammt euch. Ich hätte vielleicht Erde mitnehmen sollen. Egal. Nehmen wir jetzt da die Erde weg. Oh, das sind auch noch ein paar Kühe. Das ist schon mal schön. Es wird schon wieder Nacht. Alter, willst du mich verarschen? So, machen wir das ein bisschen breiter. Der Baum hier muss auch weg. Der versperrt das ein bisschen. So. Und in dem Baum habe ich hier natürlich viel mehr Platz. Aber ich denke, ich habe zu wenig Zäune dabei. Ja. Viel zu weniger. Super. Das ist auch ein bisschen klein jetzt hier. Ich denke, ich werde es... Wie weit werde ich es machen? Das hier wird... Geht alles weg. Ich könnte es natürlich auch in die Breite hier machen. Das wäre ne. D. Können wir die Zäune hier weg machen. Machen wir es ein bisschen breiter. So. Machen wir es ganz einfach. Holen wir uns ne Werkbank. Das war jetzt ein paar viele Stöcke. So. Ich denke, 24 sollten für das erste reichen. Ähm, ich gehe vielleicht... So weit. Nein. Das war falsch. Ich denke, das sollte für das erste reichen. Wenn nicht, ich kann ja nachher immer noch ausbauen. Nein. Das reicht um einen einzigen Zaun nicht. Geh mal weg, der Kuh. Und glatze mich nicht so blöd an. Das hier muss natürlich auch weg. Das sieht ja nix aus. Kann ich natürlich von der Seite hier auch noch ein Gatter machen. Dann muss das hier aber weg. Ich brauche Platz. Platz. Da mach mal ne Fackel hin. Drüben kommt ne Fackel hin. Schau mich nicht so blöd an, Kuh. Ich seh's. Hm. Dann mach mal es weg. Da. Mach mal es mal weg. So. Setzen wir die Fackeln wieder außen rum. Setzen wir da die Fackel hin. Dann machen wir es jetzt ganz einfach. Locken ein paar Tiere an. Mit dem Weizen. Komm her, Kuh. 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 Schau mich an. Schau mich an. Hallo. Schwein. Komm. Komm, Kuh. Komm, Kuh. Komm her, Kuh. Auf, komm. Komm, komm. Was packst du? Jawoll. Eine Kuh. Da ist noch ne. Kuh. Zwei Kühe. Gut. Nein. Er bleibt dran. Geht weg. Schweinchen. 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 Komm. Komm. Auf. Komm. Komm, Schweinchen. Sei brav. Nicht hier. Das Schwein. Komm. Komm her, Schweinchen. Komm. Komm. Ich glaube, das Schwein will nicht. Haben wir hier noch irgendwo Tiere? Da drüben ist noch eine Kuh. Darum steht ein Schweinchen. Schweinschar. Aber erstmal haben wir hier ein Zombie. So. Kuh. Komm runter. Schön. Komm mit. Komm mit. Schweinchen. 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 Komm runter. Ich weiß. Du willst es doch auch. Nein. Lass mich da auch. Okay. Will wahrscheinlich nicht. Dann komm her, Kuh. Kuh. Komm. 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 Ja. Komm her, Kuh. Ach, jetzt weiß ich. Schweine kann man nicht mit Weizen anlocken. Komm her, Kuh. Komm. So, nur mit C. Ziem, mit Samen. Kuh. Da ist das Gatter. Komm, 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 komm. Komm rein. Jawohl. Schön. Und so. Holen wir uns ein paar Samen. Ich hoffe doch mal, dass es mit Samen geht. Boah, das war Skelett. Nein. Aber. Gegen Skelett im Wasser zu kämpfen, ist nicht schön. Wie die mich einfach, wie der mich weghaut. Ausweichmanöver. Scheiße. Alter. Scheiß Skelett. Ich guck'se gar nicht an die Skelette. Ich will nur ein paar Samen haben. Ich guck'se gar nicht an die Skelette. Nein, Schwein. Geh nicht. Boah, das sieht ja mal geil aus. Durchlöchert mit Pfeilen. Ich setz jetzt mal hier ein paar Bäume hin. Damit's nicht so karg aussieht, da das Skelett kommt. Schützt mich, Kühe. Schützt mich. Ach nein, das ist scheiße. Auf in den Nahkampf. Nahkampf könnt ihr mir nix. Auf geht's. Stirb. Und du spinn auch. Gut. Hab ich nen Faden? Nein, ich hab keinen Faden bekommen. Doch, jetzt. Das finde ich supidupi. Das wollte ich jetzt zwar nicht. Das war da vielleicht noch ne Fackel hin. Ach, stimmt. Ein Skelett. Ach.